Mörderische Familienplanung Die Giftmischerin Charlotte Ursinus In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gehörte er zu den Sehenswürdigkeiten Berlins. Ein Herr, seltsam bekleidet im altmodischen blauen Frack mit langen spitzen Schößen, dünnen schwarzen Hosen und einem ebenso altmodischen, hohen, schwarzen Filzhut und von noch seltsamerer, geradezu erschreckender Gestalt. Er war zum Skelett abgemagert, mit einem Kopf, der nicht mehr größer war als der eines kleinen Kindes, völlig haarlos und von gespenstischer, bleigrauer Gesichtsfarbe. Sein Name und sein Schicksal waren in der ganzen Stadt bekannt. Es handelte sich um Balthasar Klein, den ehemaligen Bedienten und zugleich das letzte, einzig überlebende Opfer der Giftmörderin und Geheimrätin Charlotte Ursinus. Besagte Ursinus war einst eine der blendendsten Erscheinungen der Berliner Gesellschaft. Sie war eine Frau von betörender Schönheit, groß und schlank, mit üppigen Brüsten, vollem schwarzem Haar und madonnenhaft schönen Gesichtszügen, die in wirkungsvollem Kontrast zu den unzähligen, pikanten Geschichten standen, die man von ihrer schrankenlosen Sinnlichkeit und ihren vielen Liebhabern erzählte. Ihre dunkle Herkunft erhöhte nur den Reiz ihrer Persönlichkeit. Charlotte war die Tochter des Geheimen Rates Weiß, der in seiner Identität als Legationssekretär Weingarten in österreichischen Diensten wichtige Staatsgeheimnisse an Preußen verraten hatte und zum Dank dafür in den Staatsdienst aufgenommen worden war. Aufgewachsen im Dienstort ihres Vaters, in Stendal, kam das Mädchen mit zwölf Jahren nach Spandau zu ihrer älteren Schwester, der Hofrätin Hake. Wegen eines skandalösen Liebesverhältnisses, das der Teenager dort mit einem Mitschüler angezettelt hatte, wurde sie wieder nach Hause beordert und sofort, kaum 19 Jahre alt, verheiratet und zwar mit dem respektablen, aber kränklichen und schon recht betagten Obergerichtsrat Ursinus. Da der Angetraute die Ehe wegen Impotenz nicht vollziehen konnte, musste sich Charlotte anderweitig umsehen, um ihre längst erwachte Sinnlichkeit zu befriedigen. Sie begann ein Verhältnis mit dem holländischen Hauptmann Ragey, das der unvermögende Ehemann durchaus begünstigte. In Briefen, die Charlotte mitentwarf, schrieb er Anweisungen, wie der Liebhaber seine Frau zu behandeln habe. Ragey dürfte dieses Verhältnis zu eng geworden sein und er plante bereits seine Abreise. Bevor er sein Vorhaben noch durchführen konnte, starb er jedoch plötzlich an der Schwindzucht, wie die Ärzte diagnostizierten. Am 10. September 1800, kurz danach und ausgerechnet an seinem Geburtstag, erkrankte auch der ohnehin schon marode Herr Ursinus plötzlich ernsthaft. Seine Frau kümmerte sich aufopfernd um ihn, wachte an seinem Bett und verschaffte ihm angeblich auf seinen eigenen Wunsch diverse Brechmittel, da alle anderen Arzneien nicht helfen wollten. Das Brechmittel zeigte die von der liebenden Gattin gewünschte Wirkung. Bereits wenige Stunden nach der Einnahme ging der Gerichtsrat unter heftigen Brech- und Diarrhoeanfällen zugrunde. In der Apotheke Thiemann hatte die Ursinus kurz zuvor Rattengift gekauft, obwohl in ihrem Haus, wie die Dienerschaft bezeugte, noch nie Ratten bemerkt worden waren. Das kleine Vermögen, das ihr Mann hinterlassen hatte, versetzte die Witwe Ursinus nach kurzer Trauerzeit in die glückliche Lage, ihre neue Ungebundenheit entsprechend zu genießen. Sie gab Feste und Einladungen, die, wie man sich in der Berliner Männerwelt erwartungsvoll erzählte, ausschließlich dazu dienten, ihr Partner, deren Dienste meist nur auf eine Nacht beschränkt blieben, ins Haus zu bringen. Kammerdiener Klein stand bei diesen Anlässen stets zur Verfügung. Einen Teil seines Lohns soll er ebenfalls in Naturalien ausbezahlt bekommen haben. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe True Crime – Krimiwelten von Peter Hies und Christian Lunzer Gelesen von Klaus Fester Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit wahren Fällen der Kriminalgeschichte sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.truecrime.de beziehungsweise www.krimiwelten.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören!